Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Rocket League. Hi. Seid gegrüßt. Und wir suchen direkt mal ein Match, und zwar nein, nicht hier im Standard, sondern hier. Wir wollen ja mal bitte auf Pongsa 1 kommen. Sind da noch ein paar Punktchen? Ja, sieben oder so, ne? Keine Ahnung, machen wir locker. Eine Siege. Meine Siege müssen drin sein jetzt. Mhm, mindestens. Und diesmal bin ich der Gruppenleiter, wie er sehen konnte, das heißt, wir sind in einer neuen... Session. Neuen Session, genau. Wer fährt? Icke. Icke fährt. Oh, jo, jo. Oh, jo, 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 was ist das denn? Den hole ich rein, oder? Nein, den geht er ab. Dann geht er ab. Er geht rein, er geht nicht rein. Das war die Seite. Vielleicht grad ein bisschen bei mir, ups, 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 den hab ich zu hoch erwischt. Was hast du gerade gesagt? Vielleicht grad ein klein wenig bei mir, aber nicht mehr so stark jetzt. Am Anfang war's bei mir, weil die ganzen Autos noch geladen werden mussten. Danke. Könnt ihr klären? Oh, ähm. Das war nicht meine Schuld. Nein, kann ich nicht. Toll, super. Doch, das war Teil der... Das war unsere Schuld. Weil der Stefan hat mich da jetzt rumgeschickt. Weggeschickt, vor allem. Weggeschickt. Oh. Egal. Fängt super an. 1 zu 0 ist noch nicht, ich fahre. Ich auch. Hey. Was dabei verpackt? Wer ist denn da so weggeflogen? Ich. Nein. Gut. Nein! Rampe, warum stehst du da nur rum? Was war das? Aber kurz, die beiden Kameras auch nervig. Am nächsten S-Mild, da geht sie so nicht rein und dann, öh. Eke, das ist schwer. Okay, das läuft nicht so gut. Hey, lass uns mal wieder einspielen, Leute. Fahr mal wieder mit euch. Ja. Oder mit euch von euch. Ja. Juhu. Weg da. Danke. Was war das für ein Pass? Von mir, eindeutig. Eindeutig. Steht da unten. Vorlage Screamboard. Ja, aber... Warum sagst du dein guter Pass? Ich muss mich doch mal selber loben, wenn ihr das nicht macht. Warum fahre ich? Egal. Ich bin auch gefahren. Mach ihn weg. Mach ihn rein. Ja, der geht rein, der geht rein. Super, gut gemacht. Nach meiner Vorlage. Das hat die 1000 Vorlagen, glaube ich, jetzt erreicht. Du bist der Shit. Was für ein Tor. Das ist auch ein geiles Kompliment. Du bist der Shit. Du bist der Shit. Du bist der Scheiße. Ich fahre. Glaube ich. Ja, toll. Alter, ihr müsst euch schon entscheiden. Toll. Gott sei Dank konnte der das 1-Sekunden-Tor nicht. Bei der schon. Das war kein 1-Sekunden-Tor. Nein, bei der Freund wird das Tor machen. Wie cool. Ja, vorher muss jemanden irgendwann zerstören, ne? Knapp daneben ist der Shit. Ja, Mann. Ihr müsst euch schon entscheiden, wer fällt. Ja, ich bin ja auch gefahren, aber ich bin irgendwie vom Gas runtergekommen. Das ist als Zeug schon jetzt gerade keine gute Aussage, aber... Alter, der kann fliegen. Alter. Ja, warum sagen wir überhaupt die ganze Zeit Alter? Alter. Du weißt dieser Alter überhaupt? Ja, warum ist der so alt? Ja. Uiuiui. Blick mal wieder vorbei. Das ist was Neues. Nein, Alter. 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 Was ist das? 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 Konzentration. Ja. Wenn ich aufhör. Ja. Sonst fangen wir gleich wieder von vorne an mit den Punkten sammeln. Fahrer? Was ist das denn gerade im Ping-Pong-Spiel? Alter. Ich hab keine Ahnung. Weg damit. Ich hab gar nichts dafür. Dieses Alter ist einfach so, äh... Alter. Alter Eis. Wo bist du alt, Alter? Oh nein. Ich sag jetzt statt Alter einfach, oh nein, ist das besser? Ja. Oh nein. Nein. Verdammt. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Auch, Mann. Oh, noch nicht. Oh, Dennis. Den hatte ich. Da kann ich nicht riechen, dass du den hast. Alter. Oh Mann, was machen wir jetzt? Schwer doch mal auf, ey. Wir haben noch drei Minuten, das geht noch. Ja, aber wir sind extrem schlecht gerade. Es wird peinlich, ja. Es wird peinlich, ja. Wie oft wir Alter mittlerweile gesagt haben. Ich fahre. Wer für ein Alter kostet. Das müsste jemand in den Kommentaren schreiben, wie oft wir Alter gesagt haben. Das ist ja immer noch nicht. Die ein zwei Kommentare schreiben. Schreibt mal dafür. Genau. Nein. Nein. Juuu. Weg damit. Nein. Ja, nein. 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 Nein, nein. 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 jetzt seid ihr da zu zweit, da kommt einer von hinten, da kommt einer von hinten, pass auf! Alter, wie das alles sieht, wie da jeder vorbeigefährt! Oh Gott! Das ist scheiße! Nein! Nein! Oh Glück gehabt, gut dass der so doof ist! Gut, dass der da alle vorbeigefahren ist! Mach die da! Uns gegenseitig nen Ball abnehmen! Der kommt nicht in die Mitte, nein! Warte! We're doing you, bitte, Mumpe! Mumpy! Jo! Och Gott! Ei 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 ei! Wir sind nur vorwärts mit Gott! Könnt ihr mal aufhören? Sorry Stefan! In die Mitte! In die... Oh! Ei ei ei! Warum in die, in die Mitte? In die, in die! Oh oh! Ball Mitte! Nein! Nein! Ja super! Ich find unser erstes Spiel echt peinlich für den zwölften Part! Auf jeden Fall! Wir verlieren erstmal wieder jede Menge Punkte, damit wir gleich wieder alles wieder aufholen können! Bei 50 anfangen können, genau! Fahre! Ja! Nicht immer rückwärts machen! Entschuldigung! Ja! Oh! Ich flieg komplett falsch! Dennis! Was denn? Weil mich nicht immer an... Du hast fast alles richtig gemacht! Ich muss mich jetzt mal weggedeuten! Ui! Ach nein, 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 nein! Nicht nochmal! Nein! Nein! Was macht ihr da? Sorry! Du bist auch klar! Das war dumm! Ich kam noch, das war gerade angefahren! Oh Gott, das war so peinlich gerade von mir! Wie ich da jetzt gegenfahre extra! Oh Mann, ey! Ja, wir haben eh verloren! Oh nein! Ja, aber wir müssen nicht so hoch verlieren! Hoppala! Hoppala! Genau! Ja, Dennis! Fliegen muss gelernt sein! Das will ich doch gerade müde! Gibt das bitte außerhalb der Aufnahme! Genau! Ja Mann! Halt mal auf! Was ist denn? Macht doch keiner was! Nein, nur nicht! Hab dich nur ein bisschen von hinten... Alter! Gut, dass wir das nicht vor der Aufnahme gehört haben, was die hier so geredet haben! Ja, als hätte man ja Angst bekommen! Oh nein! 30 Sekunden! Alter, die machen doch jetzt kein Tor mehr! Alter! Ihr bringt mich zum Verzweifeln! Wir stellen uns gerade ein bisschen dämlich an, oder? Ein bisschen! Richtig gut! Genauso muss man Rocket League spielen! Ja gut, da haben die Leute was zum Gucken und denken sich, ne, die gewinnen doch eh! Und jetzt, ups! Dennis! Denken sich jetzt, oh, die verlieren doch eh! Ach, minus 7! Geht dann auch! Ja, also die nächsten beiden Meshs werden gewonnen und dann steigen wir auf! Genau! Ich Beste von unserem Team! Nein, bist du nicht! Ich bin auf jeden Fall der Beste mit 80 Punkten! Eindeutig! Ich habe, ich habe einen 44er Ping, obwohl ich Spiele es hochlade! Wahnsinn! Du räumst das Feld von hinten auf! Du hast doch eine 100.000er Leitung! Naja, der kriegt die erst im Januar, weil die gesagt haben, aber der kriegt das erst im Januar, aber ich habe ja schon mal eine Bestätigung bekommen! Also, nicht, äh, scheiß! Egal! Hat keiner gehört! Hoffentlich! So! Reinkommt in die Mitte! In die Mitte! Ja! Was macht ihr da? Daneben springen! Der hat den fast reingemacht! Aber die machen den rein! Nein! Nein! Nein, tun sie nicht! Kommt! Du hast ja zu schnell was gelockt! Der ist dann rein am Tor! Bitte! Boah! Überall ist eine Mütze! Ja, aber zufall ist nach vorne gespielt! Und der andere hat mich aufgehalten! Der wollte nicht, dass ich nach vorne komme! Fährt einfach gegen mich! Okay! Entschuldigen! Nein! Nein! Du hast mich angestoßen! Ja! Ich weiß! Nein! Ich dachte, du weißt den Ball! Ja, dank deinem Anschluss nicht mehr! Wow! Ping Pong! So, ich hol ihn! In der Mitte kommt der jetzt! Ach toll! Schade! Nein! Oh! Keine Sorge! Kommt der in die Mitte? Was war das denn? Wir haben ja gar nicht! Wenigstens ist es nicht so auswächstlos von uns grad! Aber ich habe schon im Gefühl, dass die das erste Tor machen! Nein! Dann habe ich das gespuckt mal auf der Brot! Ich auch nicht! Ich bin auch von außens Brot gesprungen! Und ich bin daneben gesprungen. Der kam halt zu hoch. Ich fahre. Ich auch. So. Ich bin kein Niveau. Dann hol du ihn dir. Entschuldigung. Aber der kam ein bisschen besser, als wenn du ihn so anders getroffen hättest. Oh oh. Was ist los? Haben wir heute überhaupt was? Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir auch einfach heute die guten Gegner. Wie? Autor wird nach vorne. Den krieg ich leider nicht so. Aber der war damit. Oh oh. Uh, das war Teamwork. Und... Pass auf. Nein. Uiuiui. Gott sei Dank. Entschuldigung. 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 Abzug ins Tor. Ah fuck. Ich bin noch da. Ich kann das springen noch nicht so gut. Obwohl ich schon ewig spiele. Nein. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ah, verdammt. Ui. Fährschläger war das noch. Ah, hol den Mumpo. Also Kevin, hol den. Ach Scheiße. Tut mir leid für das Kraft-Ausdrückchen. Ui. Das Kraft-Ausdrückchen. Ich bin noch da. Ops. Ich bin ja da. Er ist wieder da. Er ist wieder da. Hey. Peck damit. Komm wir müssen ein Tor machen. Ich will nicht noch mehr Punkte finden. Ja, ja, ja Marien. Jawoll. Gut. Uuuu. Vielleicht Phoenix ist auch gute Musik. Jetzt kann ich besser spielen. War keine Musik. Ich hab gar keinen Ton. Ich möchte anmerken, dass es ein schönes Tor war. Ja, ich fand die Vorlage von mir auch so gut. Sonst macht's ja keiner. Ich hab fast in Chat geschrieben. Ich hab ne gute Vorlage bekommen. Interessiert keinen. Nein. Warum ist denn da keiner im Hintergrund? Warum warst du nicht der Grund? Ich war im Ball. Ich kam nicht von der richtigen Seite aus. Sonst hätt ich den auch eh nicht reingemacht oder so. Hätt ich von hinten kommen müssen. Ja, stimmt. Hätt ich machen müssen. Hätt ich aber nicht. Sorry. Guck, was ist der für ein hässliches Wagen? Hässliches Wagen? Ich wollte auch grad vergessen. Ich hab ihn. Klär ihn. Jawohl. Bin vorne. Bin tot. Bin vorne. Bin vorne. Wie hier beide da einfach von vorbei ist jetzt. Eine war ja tot. Das ist so und der Gegner. Ich drohle ihn dir, Stefan. Ach, auch nicht. Hey, ich war dran. Ja, ich weiß. Ops, da wird das nicht ranfahren. Wo ist echt? Nein! Was macht ihr denn? Wo bist du denn schon wieder? Auf'n Weg zurück. Ich kann nicht fliegen. Also schon, aber... Kannst du jetzt sehen, was wir gemacht haben? What? Alter. Oh, schön, wir sind ja ganz vorweil gefloben. Äh, wer fährt? Ich. Wir haben verloren. Ja, ich weiß, ich darf den mal nicht... Ah, danke! Mach ihn rein! Okay! Jawohl! Ja! Ich bin nur noch. Es besteht nur Hoffnung. Wir hatten die Vorlage gegeben. Keiner. Keiner. Gab keine Vorlage. Ich fließe! Okay. Wir sind trotzdem sicherlich. Stefan, äh, Kevin fährt. Okay. Hopp! Mach Manno! So, schieb unentschieden. Vermutlich eine Verlängerung geben, weil wir jetzt nicht dumm sind. Was wir sind. Ja, sind wir. Eindruck. Nein. Vertraut mir doch mal. So, Stefan, deine Chance. Ja, nein! Nein! Ich glaube, ich hab' den gerade gerettet, oder? Nein, aber der NPC. Der andere Spiegel. Jetzt fallen wir mit. Nein. Verlängerung. Oh! Äh, wer fährt? Ich jetzt. Ich nicht. Wir können auch alle stehen bleiben. Auch nicht schlecht. Ja, das ist voll verwirrt. Entschuldigung. Für die Gegner. Nein! Oh Gott sei denn. Gut, dass du verteidigen kannst. Nicht so wie ich. Oh oh. Oh Gott sei denn. Weg damit. Nein! Ja! Nein! Da kommt doch noch so'n Bob. Damit. Oh. Niemand will hier verlieren. Das Match ist heiß. Das soll doch nicht schweiz sein. Kalt schmeckt's nicht. Hä? Das soll doch nicht schweiz sein. Kalt schmeckt's nicht, hä? Ich hab' verstehen. Fall in der Mitte. Ja, wohl in der Mitte. Ja, wohl in der Mitte. Wohl in der Mitte. Wohl in der Mitte. Er hat nicht gesagt wohl in der Mitte. Vorsicht! Vorsicht! Nein, nein! Gut, Leute. In diesem Part habt ihr zwei Niederlagen gesehen. Eine wenigstens bis zur Nachspielzeit geschafft. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei werdet. Habt ihr noch angedeutet? Habt ihr noch irgendwas zu sagen? Nein, ich bin traurig, dass wir wieder alle unsere Punkte verlieren. Ich auch. Also, tschau. Tschau. Ich hab schon mal nur noch einen Part gewusstet. Das ist so gut.